Ja, hallo Leute, Wolfgang hier mit einem Video zu Instagram TV oder IGTV. Und zwar wusstet ihr, dass ihr in den Beschreibungen von IGTV-Videos auch Links, also antippbare Links hinterlegen könnt. Das geht bei normalen Instagram-Posts nämlich nicht. Da kann ich keinen antippbaren oder anklickbaren Link in dem Text, in der Textbeschreibung hinterlegen. Bei IGTV geht das. Und ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Dazu schalte ich mal meinen iPhone hier dazu und gehe mal hier in IGTV rein und bin jetzt mal zum Beispiel hier in meinem Profil. Da habe ich schon einige Videos hochgeladen. Und wenn ich das jetzt mal öffne hier, dann kann ich hier oben auf den Titel tippen. Wir sehen also so ein kleines Dreieck hier. Und dann klappt die Beschreibung auf und das hier unten, die letzte Zeile, dieses https Doppelpunkt und so weiter, das ist tatsächlich ein antippbarer Link. Da kann ich drauf tippen. Dann öffnet sich die Website und da kann man auch mehrere hinterlegen. Und ich glaube, das wissen vielleicht nicht alle. Das ist der große Unterschied. Wenn ihr jetzt ein Video bei Instagram direkt hochladet, könnt ihr keine Links setzen. Hier bei IGTV geht das schon. Und ihr könnt ja dann so ein Cross-Post auch machen, dass ihr eure IGTV-Videos auch als Ausschnitt quasi, also die ersten paar Sekunden, ersten zehn Sekunden oder so, kann ich ja auch in meiner Instagram-Timeline im Profil quasi posten und dann in der Story nochmal reposten und so weiter. Also sehr cooles Feature und wussten vielleicht tatsächlich nicht alle, vielleicht nützt es dem einen oder anderen was, das Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Du kennst den Spruch. Wir sehen uns. Bis dann.